Hallo. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen in unserem neuen Schlafloft. Wir sind Anja und Ilan, befinden uns jetzt hier oben in unserem Haus und haben es tatsächlich geschafft, diese Woche unser Loft auszubauen. Ja, wie wir uns so angestellt haben dabei, welches Holz wir verwendet haben und was wir mitnehmen für das nächste Bauprojekt hier in unserem Haus, das erfahrt ihr heute. Wir haben uns lange damit beschäftigt, welche Hölzer potenziell für den Innenausbau in Frage kommen, die besonders leicht, stabil und bezahlbar sind. Und eben nicht nur im regionalen Bereich geguckt, sondern auch was im Raum Europa angeboten wird und wurden auch von einigen Abonnenten, danke an der Stelle nochmal, auf das Holz Palovnia hingewiesen, welches eigentlich ein Tropenholz ist, jetzt aber auch in europäischen Ländern angebaut wird. Und ja, das war natürlich dann mit im Rennen super spannend. Tja, es gab nur ein Problem, ne? Was denn? Naja, es gab keine Erfahrungswerte in Deutschland. Ach, das stimmt. Und das war eigentlich der Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal losfahren und Erfahrung sammeln. Genau, weil man findet sonst im Internet echt viele Tabellen zu Balsersperrholz, zu Bambus, zu... Ja, und zu neuen Verbundwerkstoffen, darauf gehen wir im nächsten Video nochmal ein bisschen detaillierter ein und haben auch eine kleine Tabelle wieder vorbereitet, so wie ihr uns kennt. Heute geht es aber um das Loft, also sind wir losgefahren. Genau, zum nächsten Baumarkt und haben uns vier Palovnia Leimholzplatten gekauft. Drei Platten mussten wir, ein Glück, gar nicht anfassen. Zwei Meter lang und 60 Zentimeter breit. Und bei der vierten ist es so, da haben wir uns zweimal 27 Zentimeter Breite zuschneiden lassen und wollten eben mit der Fassade abschließen, nicht mit den Balken. Das heißt, der Zwischenraum zwischen Balken und Fassade sollte ausgefüllt sein. So haben wir dann eben jeden gemessen und zwei Millimeter Puffer eingebaut. Das wurde uns empfohlen, ne? Genau, damit man eben im Nachhinein nicht so viel nachschleifen muss oder mit der Stichsäge nochmal ran muss. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass es reinpasst und die Lücken sollten dann auch nicht allzu groß sein. Also sind wir dann in die Werkstatt und haben erstmal geschaut, was ist denn hier in der Familien-WG im Werkraum zu finden. Und wir haben noch eine alte Stichsäge rausgraben können mit verschiedenen Sägeblättern, die wir auch erstmal an einem Testholz ausprobiert haben, um erstmal zu gucken, wie können wir mit den Materialien umgehen. Wir hatten dazu natürlich noch Schutzbrillen, Handschuhe, dann die Schraubzwingen, um das Holz zu befestigen. Wie wir dann weitergemacht haben, nachdem wir beide jeweils unsere Probeschnitte versucht haben, ist, dass wir mit einem Zehnerbohrer dann erstmal zwei Löcher vorgebohrt haben, um mit der Stichsäge besser reinzukommen. Und haben dann eigentlich direkt mit dem, ich glaube, Gärungsschnitt nennt man es? Ja, Gärungsschnitt. Schrägsschnitt, wie auch immer, haben wir dann eigentlich mit dem Schwierigsten begonnen. Und das hat zum Glück ganz gut funktioniert. Wir mussten nochmal kurz das Sägeblatt wechseln und dann passt es eigentlich, ne? Es hat sogar ziemlich gut gepasst. Was mich echt beeindruckt hat, muss ich sagen, ist, wie sich das Holz hat verarbeiten lassen. Also es war sehr gnädig. Also es ist ein relativ weiches Holz. Man kann wirklich mit dem Nagel reindrücken. Demnach ist es aber auch total leicht auszubessern. Also das ist uns gleich aufgefallen, ob das jetzt diese kleinen Splitter waren. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, wenn das so ausfranst. Ja, beim Segelprozess. Genau, aber man kann ganz locker einfach drüber schleifen, ähnlich wie mich jetzt immer damals noch an die Schule mit dem Speckstein erinnert, dass man den ganz leicht bearbeiten kann, der trotzdem aber stabil ist. Wenn das ganze Holz im Haus so leicht sein könnte. Du dachtest, du hast einen Flugzeugflügel in der Hand oder so. Es kam eine Windböe und du bist sofort davon gesegelt, ja? Zusammenfassend kann man sagen, es hat uns das Leben eigentlich sehr leicht gemacht. Jetzt geht das schon mal gut los. Also ich würde mal sagen, für das erste Mal, ich bin gerade ziemlich beeindruckt. Einmal. Hier sind wir leider ein kleines Stück weit raus, weil wir hier im 45 Grad Winkel noch so ein Klötzchen rauskriegen wollen. Also unser erster Schrägschnitt. Also wirklich nicht schlecht für das erste Mal. Okay. Na dann. Wir versuchen das mal. Ist es zu eng? Ja, es ist etwas kleiner als das andere, aber es passt. Also ich würde sagen, wir leisten doch eigentlich gute Arbeit. Der nächste spannende Moment. Yes. Eine Sache ist uns dann im Nachhinein noch aufgefallen. Wir haben uns dann doch vermessen. Und zwar war es die vierte Platte, die wir haben zuschneiden lassen im Baumarkt noch. Ich weiß gar nicht, wie uns das passieren konnte. Es war wahrscheinlich so in der Geschwindigkeit. Komm, wir fahren schnell hin und müssen den Wagen dann noch schnell abgeben. Und wenn wir zwei schnell rechnen wollen, ist es... Dann geht es nicht gut aus. Es haben nämlich zwei Zentimeter gefehlt. Das ist eine Menge. Ja, aber auch halb so wild. Ja, zufälligerweise. Ja, wir hatten noch ein Überbleibsel. Leider haben wir den auch für unsere Testschnitte verwendet. Demnach ist er nicht mehr ganz zwei Meter lang. Aber wir könnten diese, ich glaube in dem Fall 1,8 Zentimeter mit einem der Holzstücke dann verleimen und einfach mit verbauen. Hier oben wird das Bett drauf sein, es wird keiner sehen. Es hat perfekt reingepasst. Perfekt. Und als dieser kleine Stab drin war, wir haben ihn ja noch zugeschnitten dann, am gleichen Abend. Das war irgendwie, ich glaube es war halb neun oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, das müssen wir noch schnell machen, weil das ist nicht befriedigend gewesen. Wir haben so sauber gearbeitet eigentlich. Auch das war ein Merkmal von diesem Holz. So ein schmales Stück. Es war fast noch zwei Meter lang. Fühlt sich nicht so an, als ob es jetzt gleich bricht. Ganz im Gegenteil. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass wir eine sehr, sehr positive erste Erfahrung mit dem Palownia-Holz hatten. Es fühlt sich sehr stabil an. Es ist sehr leicht zu verarbeiten. Durch die Stärke von 1,8, die wir ja jetzt verwendet hatten, ist es auch demnach sehr robust und stabil. Wir fühlen uns sicher hier oben. Wir sitzen gerne hier oben auch mal mit einem Käffchen und lassen den Raum nochmal von hier oben auf uns wirken. Von der Deckenhöhe ist es bis jetzt noch sehr angenehm. Und auch von unten, also auch im Badezimmer. Also das Badezimmer wirkte geräumiger, als ich dachte. Jetzt, wo die Platten drauf waren, wirkt es fast größer. Also das ist schon ein sehr, sehr komisches Phänomen. Also wir haben ja zwei Meter Höhe bis zur Unterkante der Balken. Und dann haben wir nochmal sieben Zentimeter Zwischenraum. Dann kommen ja die Platten, die Laufplatten. Das Holz ist jetzt noch nicht verschraubt. Wir haben es auch noch nicht behandelt. Und es gibt auch noch ein paar Ecken, die wir auf jeden Fall noch schleifen möchten. Wir warten allerdings, bis unser Tiny House Bauer nochmal da war. Hier gibt es ja noch an ein paar Ecken was zu korrigieren und noch zu verbessern. Und da möchten wir einfach warten, bevor wir anfangen, hier Wände zu ziehen und zu schrauben. Aber wir werden weiterhin vorbereiten. Das macht uns tierisch Spaß, auch jetzt den Fortschritt zu fühlen. Und ich muss noch eines loswerden. Es fühlt sich so schön an, das Holz. Falls wir uns dazu entscheiden, auch das Podest und die Küche weiter mit Palovnia zu bauen, dass wir hier auch genau schauen, wo kommt das Holz her. Denn eigentlich ist es ein Tropenholz. Aber es gibt auch immer mehr Plantagen in Europa, Italien, Spanien, Rumänien, Bulgarien. Dann ist es natürlich so, dass es auch verschiedene Qualitätsstufen gibt, wie bei jedem Holz. Ich hoffe, dass wir dann auch B-Ware verwenden können für die Bereiche, die man nicht sieht. Und eventuell auch den Geldbeutel ein bisschen zu entlasten. Wie eben schon angekündigt, wird es in der nächsten Woche nochmal um einen separierten Vergleich von Leichtbohrmaterialien gehen. Wir finden das total spannend und hilft euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weiter. Parallel dazu werden wir dann weiter unser Podest konstruieren. Schauen, wie können wir am besten die Längs- und Querstreben setzen und Schubladen einbauen. Wir freuen uns da über Tipps, wenn ihr welche habt. Gerne. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und ja, wir sehen uns dann in einer Woche. Tschüss. Immer gleichzeitig, ich sage mal, wir sind doch keine Zwillinge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020